Hallo und Willkommen zum ersten Let's Test Dragon Sun Online Ja, ich hab... Ja, mal... Ja, ich sollte mal gucken, ob das Spiel mal das spielen könnten Und ich glaube, es soll sehr gut sein Und die Grafik gefällt mir auch halt Ich hab ein paar Videos auf YouTube darüber angeguckt Ja, und... Ich... Ich fand die Grafik gut Und... Ja... Wir könnten erstmal... Jetzt erstmal das Test lower machen Ich wollte jetzt zwei, drei... Ich wollte jetzt zwei, drei... Ich wollte jetzt zwei, drei das Test machen Bevor wir... Mal gucken, ob das endgültig ist Ob wir das spielen oder nicht Okay... Und dann schon der erste Kampf Ich... Ich... Ja, wie gesagt... Ich finde den... Ich finde den... Winde den Tank... Den Text lädt sich nicht vor Was mir dann lesen wollte, dann könnt ihr mal auf... Hause machen Ja. Oh, der Kommandant ist gut. Das ist lang für mich, ich bin erst mal geholfen, ich finde das vier, das ist echt gut, lang, ja. Das ist die Grafik, ich bin irgendwie in Star Wars The Old Republic. Aber das ist schon, aber hier ist Räggenton Online für die Produktion, weil es besser ist. Allein hinten ist steuer, weil The Old Republic, das ist sehr schwer. Das ist eine Hände, weil da was The Old Republic, das war noch besser. So, noch ein paar Gegner, paar Kugeln, den, den, das, 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 das und das. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das war's für ihn, dass wir den Boden haben. Und dann haben wir den Boden genommen. Und dann haben wir ihn. Das ist gut, wenn wir hier weiter und haben uns, dass wir vorher kloppen. Oh, das ist super. Oh, die Belohnung. Ach, der eine Million. So So I'm going to die I'm going to die 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 So, wir sind hier lang und gucken, ob wir genauer noch fahren, geht das nicht. Oh, da brauchen wir jetzt noch einer. Das war's für heute. Das macht immer wieder Spaß Und dann müssen wir noch mal sehen, dass ich lachen möchte. Aha. Das ist so nett. Ja, ich dachte auch so, das ist so nett. Oh, da kommt noch ein Gehirn an. So sieht aus wie wir leben. Wir haben volles Leben. Und noch einer. Einfach alles umbringen, was uns in den Weg kommt. Boah. Ich glaube, wir haben etwas mehr. Ich weiß nicht, ob wir die Sachen enthandeln. Das ist so nett. Ein Buh. Entschuldigung. Das ist so nett. Aber es wird uns in der nächsten Folge mal an. Oh, das ist so nett. Oh, das ist so nett. Der hat noch ein Gerber galt. Ja, das geht um! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tschüss